Bei einem Festival in Gießen, bei dem es um das ostafrikanische Land Eritrea geht, hat es schwere Ausschreitungen gegeben. Mehr als 20 Polizisten wurden verletzt. Sie wollten verhindern, dass Personen den Veranstaltungsort stürmen. Gegner des umstrittenen Festivals sehen darin ein Propaganda-Event des eritreischen Regimes. Mehr als 60 Menschen wurden in Gewahrsam genommen.